Ich bin Tim Woltner, ich arbeite bei den Kanzlersteuerwerken des MS und bei der Karten-Guru als der Triebswitarbeiter. Ich habe die BAUNEXT organisiert in diesem Jahr. Bei der BAUNEXT kommen eigentlich alle an bauurteiligten Parteien zusammen. Von Planern, Architekten, Bauternehmern, Investoren und wir quasi als Baustoffzulieferer. Da geht es um Nachhaltigkeit, Digitalisierung im Bauwesen. Da versuchen wir ein bisschen Verständnis an die Leute zu kriegen. Also heute haben wir hier einige Speaker vor Ort. Da geht es einmal um Nachhaltigkeit, um die Zukunft des Baus im Allgemeinen. Im serielle Bauen, da haben wir zum Beispiel mit der Kars-Moduro noch Vortrag gehalten. Wir sind erstmal super zufrieden. Die Resonanz der Teilnehmer ist extrem gut. Auch an den Prozern bekommt man eigentlich ziemlich gut mit. Dass die Leute im Netzwerk agieren und ihr Netzwerk erweitern. Das wäre auch das Ziel der ganzen Geschichte, dass wir gerade das Netzwerk für alle erschaffen. Dass wir nicht nur in unseren Bereichen bleiben, sondern dass wir im großen Ganzen denken. Und ich glaube, da kriegen wir eigentlich was Gute im Kurs. Und ich glaube, da kriegen wir eigentlich was Gute im Kurs. Auch wieder champions. Vielen Dank.